Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wird es nächstes Jahr möglicherweise doch den Deutschland Grand Prix geben? Immerhin kamen dieses Jahr über 70.000 Zuschauer nach Hockenheim. Hockenheim-Ring-Geschäftsführer Georg Seiler erklärt, dass die Tribüen zwar ausverkauft waren, aber das Fassungsvermögen wurde nicht erreicht. Der Vertrag läuft dieses Jahr aus und Liberty Media möchte Deutschland im Rennkalender halten. Österreich, Großbritannien und Deutschland haben Sonderzustellungen. Das bedeutet, dass sie nicht von öffentlicher Hand unterstützt werden. Um zu klären, wie man den Deutschland Grand Prix retten könne, trafen sich die Politik, die Industrie und Verbände am Hockenheim-Ring zu einer Beratung. Die Politik wird kein Geld für den Deutschland Grand Prix ausgeben, aber der ADAC, der länger nicht mehr in der Formel 1 involviert war, möchte helfen, falls es zu keinem Grand Prix kommt. Da es 2019 zu keinem Miami Grand Prix kommen wird, könnte es also vielleicht doch den Deutschland Grand Prix geben, jedoch möchte man nicht als Lückenbüster verstanden werden. Verhandelt wird nicht nur für das nächste Jahr, sondern und das glauben Insider für die nächsten zwei bis drei Jahre. Sean Bratches meint, dass es genügend Platz für beide Rennen gäbe, sie geben noch nicht auf. Die Entscheidung wird in den nächsten zwei bis drei Wochen bekannt gegeben, sollte es dann Neuigkeiten geben, werde ich sie mit euch teilen. Wie ist eure Meinung zu einer möglichen Deutschland Grand Prix für 2019? Meint ihr, es klappt? Ab damit in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Hat's euch gefallen? Dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Bis morgen zu einem neuen Video. Ciao.